Hier ist Electric Drive Der Porsche Cayenne E-Hybrid hat sein E-Kennzeichen zurück. Grund dafür ist eine Batterie, die jetzt mehr Energie speichern kann. Und damit herzlich willkommen zu Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Das 4,92 Meter lange mit Außenspiegeln, 2,19 Meter breite und 1,70 Meter hohe SUV verfügt über die Kraft der zwei Herzen. Rein optisch unterstreicht der Cayenne immer noch das S in SUV, welches ja für Sportlichkeit stehen soll. Dafür stehen auch die serienmäßigen 19 Zoll Alu-Räder, die vorne mit zwei 550er und hinten mit zwei 75er Reifen bestückt sind. Auf Wunsch sorgt eine Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheiben, die einen Durchmesser von vorne 360 und hinten 358 Millimeter haben, für die notwendige Verzögerung. Der Cayenne E-Hybrid ist aber auch fürs leichte Gelände gewappnet. Die Warttiefe beträgt mit der Stahlfederung 25 Zentimeter, die maximale Bodenfreiheit liegt bei 21 Zentimeter, der Böschungswinkel vorne bei 25,2 und hinten bei 22,2 Grad. Diese Werte kann man mit der optionalen Luftfederung verbessern. Zudem kann der so motorisierte Cayenne 3,5 Tonnen an den Haken nehmen und verfügt über eine Zuladung von 735 Kilogramm. Der Innenraum überzeugt durch das großzügige Raumangebot, durch eine hohe Variabilität und das typische Porsche-Feeling, auch wenn man im Cayenne natürlich etwas höher sitzt. Das Porsche Communication Management ist die Schaltzentrale für Audio, Navigation und Kommunikation. Neben einem Full-HD 12,3 Zoll Touch-Display bietet das PCM umfangreiche Schnittstellen, Sprachbedienung und natürlich Online-Anbindung. Auch die Nutzung von Apple CarPlay ist möglich. Der Kofferraum hat ein Volumen von 648 Liter, bei umgelegten hinteren Lehnen stehen maximal 1610 Liter zur Verfügung. Zum Einsatz kommt ein 3-Liter-V6-TFSI mit 250 kW und einem Drehmoment von 450 Nm. Als E-Maschine dient eine permanent erregte Synchronmaschine, auch PSM genannt, mit 100 kW und 400 Nm Drehmoment. Die Systemleistung liegt somit bei 340 kW, was umgerechnet ungefähr 462 PS wären und 700 Nm. Die E-Maschine, die ins 8-Gang-Automatikgetriebe Tiptronic S integriert ist, ermöglicht eine rein elektrische Höchstgeschwindigkeit von 135 km pro Stunde. Ist der Akku ausreichend geladen, ist auch ausschließlich der Elektromotor im Einsatz, um das immerhin knapp 2,4 Tonnen schwere SUV anzuschieben. Generell lässt das Duo aus E- und Benzinmotor bei Bedarf mächtig die Muskeln spielen. Schon im reinen E-Betrieb ist der Antrieb knallhart. So richtig zur Sache geht es aber, wenn sich beide Antriebe zusammenraufen. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kmh gelingt in 5 Sekunden. Ganze 3,2 Sekunden vergehen, um von 80 auf 120 km pro Stunde zu beschleunigen. Die Spitzengeschwindigkeit wird mit Tempo 253 angegeben. Nach VW Touareg sowie Audi Q7 und Q8 wird nun auch im Porsche Cayenne eine Batterie mit größerer Kapazität verbaut. Statt bisher 14,1 kWh speichert der Akku 17,9 kWh, netto sind es 14,4. Der Zuwachs an Energie wird mit den optimierten Zellen in der Hochvoltbatterie erreicht. Das kommt der elektrischen Reichweite natürlich zugute. Die liegt jetzt nach WLTP-Modus bei 48 und nach der Neffs-Norm bei 56 km. Damit kommt diese Version des Cayenne als Dienstwagen wieder in die günstige 0,5-Besteuerung des Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil. Bekannt ist, dass der im Datenblatt angegebene Wert für Plug-in-Hybride generell weit weg von der Realität liegt und lediglich als Vergleich zu anderen Modellen dieser Art dient. Das gilt demzufolge auch für die 3,3 Liter und die CO2-Emissionen von 75 Gramm WLTP des Cayenne-E-Hybrids auf 100 Kilometer. Bei etwas flotterer Fahrt auf Landstraße oder Autobahn steigt die Verbrauchsanzeige zügig über die 10 Liter Marke. Und der kombinierte Stromverbrauch von 22 kWh für die Distanz von 100 Kilometern wird gerade bei kalten Außentemperaturen ebenfalls deutlich übertroffen. Wir haben Durchschnittswerte von 11,3 Liter Benzin und 29,8 kWh Strom erfahren. Um die Batterie des mit einem Onboard-AC-Laders mit 3,6 ausgerüsteten Porsche Cayenne-E-Hybrid zu laden, reicht eine herkömmliche Haushalts- oder Kraftstromsteckdose aus. Wer sich für einen 230-Volt-Anschluss entscheidet, der muss aber schon mit 5-6 Stunden rechnen, um eine leere Batterie wieder komplett mit Energie zu versorgen. Mit dem Porsche Mobile Charger Connect, welcher für einen Aufpreis von 1010 Euro zu erwerben ist, ist allerdings eine Ladeleistung von bis zu 7,2 kW möglich. Dann ist der Akku weitaus schneller wieder befüllt. Außerdem kann mit einem Mo3-Kabel, welches 290 Euro kostet, an öffentlichen Ladepunkten geladen werden. Wenn der Energievorrat der Batterie erschöpft ist oder bei einem erhöhten Leistungsbedarf, sowie beim Wechsel in die Fahrmodi Sport bzw. Sport Plus, ja dann schaltet sich der Verbrennungsmotor zu. Die Fahrmodi des serienmäßigen Sport-Chrono-Pakets wurden mit Blick auf eine höhere Effizienz und Performance optimiert. Der sogenannte E-Charge-Modus, in dem die Hochvolt-Batterie während der Fahrt durch den Verbrennungsmotor geladen wird, folgt nun einer angepassten Ladestrategie. Dabei wurde der Zielladestand des Akkus von bisher 100 auf 80 Prozent reduziert. Hintergrund ist, zumindest laut Porsche, dass die Batterie, ähnlich wie der Akku eines Smartphones, ab einen Ladezustand von 80 Prozent deutlich langsamer und somit ineffizienter lädt. Elektromobilisten kennen das Phänomen. Außerdem soll so sichergestellt werden, dass jederzeit die volle Rekuperationsleistung zur Verfügung steht. In den performanceorientierten Modi Sport und Sport Plus wird die Batterie stets auf ein Mindestniveau geladen, um ausreichende Boost-Möglichkeiten für eine sportliche Fahrweise bieten zu können. Wird die sportliche Fahrweise gewählt, da schnellt naturgemäß der Verbrauch in die Höhe. Bei all diesen Manövern liegt das mächtige Gefährt Klasse in der Hand, bleibt selbst in engen Kurven problemlos in der Spur. Hier zeigt sich, wie schon erwähnt, dass die Entwickler bei Porsche das Thema Sportlichkeit auch beim SUV ganz weit oben auf der Liste stehen haben. Als Marktbegleiter fallen uns neben dem VW Touareg und dem Audi Q7 bzw. Audi Q8 der Volvo XC90 Plug-in Hybrid ein. Dieser startet bereits bei 77.300 Euro, bietet dafür allerdings auch weniger. Der Porsche Cayenne e-Hybrid hat sein E im Kennzeichen zurück und erfüllt damit die Voraussetzung für einen reduzierten Satz bei der Versteuerung von Firmenwagen. Im Basispreis von 90.447 Euro sind unter anderem LED-Scheinwerfer und Rückleuchten, eine Klimaautomatik, elektrisch einstellbare Achtwege, Komfortsitze vorne, das PCM inklusive Online-Navigationsmodul und Sprachbedienung, Digitalradio und sogar vier USB-Ladeanschlüsse enthalten. Und dann kommt natürlich noch das typische Porsche-Fahrgefühl, welches auch der Cayenne transportiert. Ja, das war unsere Testzeit mit dem Porsche Cayenne e-Hybrid. Und jetzt sind wir gespannt auf eure Kommentare. Das war Electric Drive. Bis zum nächsten Mal.